Hallöchen Leute, willkommen zum neuen Video. Heute mal aus dem Schlossgarten. Garten beim Schloss in Dachau auf dem Schloss Berg. Und ja, ich wollte mal mit euch heute über Pokémon Go sprechen vielleicht, tue ich hier oder hier oder da oder da oder da, je nachdem wo ich Lust habe, blende ich vielleicht ein bisschen Pokémon Go Let's Play ein. Und ja, was ich noch sagen wollte über Pokémon Go, ich finde dieses Neues, übrigens meine Haare sind ein bisschen durcheinander, weil ich ein Kappi gehabt habe und wollte ich jetzt nicht, dass das ein bisschen ungepflegt aussieht und dass ich dann aussehe wie so ein Gockelhahn. Und ja, was wollte ich noch sagen? Es kann sein, dass da hin und wieder mal ein paar fremde Stimmen zu hören sind, ist ganz normal hier bei einer Touristenattraktion. Und ja, ich wollte ja über Pokémon Go sprechen. Ich finde dieses, dieses, diese, ich finde dieses komische, dieses komische in Gesichtete total blöd. Und seit wann gibt es überhaupt die Funktion, dass der Beutel voll ist? Sag einmal, Niantic macht es jetzt schon wieder Pokémon. Saphir oder Pokémon? Schwarz-Weiß nach. Sag einmal, was ist das für ein Scheiß mit 155 Pokébellen? Ist der Beutel voll. Sag einmal, wie blöd müsst ihr Niantic sein? Damit die Nachricht kommt, ey. Wie soll man da sich hochleveln können, wenn man jedes Mal seine, sein Beutel raus entleeren und entrümpeln muss? Da hat man ja, kann man ja kein Pokémon mehr fangen, ey. Also das ist ein Scheiß, was Po, weil es an der Seite des Pokémon Let's Play. Das ist jetzt nicht direkt hier in der Gegend wahrscheinlich, sondern irgendwo anders. Und ja. Aber ich finde, ich finde, das ist ein richtiger Scheiß, was Niantic da mit dem neuen Update gemacht hat. Ich mein, was willst du mit dem Ding erreichen? Vorher mit die Fußstapfen, das war so gut. Aber nein. Fußstapfen raus. Und wieder was anders. Nein. Sag einmal, was denkst du dir dabei, Niantic? Was denkst du dir denn dabei? Du willst doch echt allen Pokémon-Go-Spielern, willst du doch echt alles das Teil richtig, äh, Dingsen, eher, das willst du doch denen wirklich alle eher schweren, die Pokémon zu fangen, oder? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Obwohl, nee, das war's noch nicht. Ich finde, das Pokémon, was sich da in letzter Zeit so bei mir hinten in der Gegend abspielt, das ist totale Scheiße. Das ist totale Scheiße. In den Orten direkt kein kein einziges Pokémon. Aber auf dem Land überhäufen sich die Hornlius, Taubsis, Taubogas, Radikals und, was war das nochmal? Fratfratzis oder was weiß ich. Also die ganzen kleinen Starte-Pokémon. Die überhäufen sich auf dem Land. Da gibt's keine Poké-Stops auf dem Land fast. Und dann muss ausgerechnet der Scheiß-Pokémon, dann muss hier genau in der größten Stadt, in der nächsten größten Stadt, muss einfach mal kein Pokémon spawnen, ey. Was ist das für ein Scheiß-Nein-Tick? Was ist das für ein Scheiß, ey? Entschuldigung, da könnte ich mich aufregen über solchen Scheiß-Verpackungs-Bugs-Updates, ey. Entschuldigung, ich muss jetzt meinem Ärger mal ein bisschen freie, frische Luft, muss immer meinen Ärger loslassen. Ich würde sagen, das war's, bevor ich hier noch die ganzen Touris verscheuche. Das würde ich sagen, das war's. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video und bye-bye und ciao. Ciao. Hi Leute, nochmal ein kleiner Nachtrag an das Pokémon-Go-Video. Ich warne euch, setzt euch nicht an die Bahnsteig-Kante, hier. Setzt euch da bloß nicht hin, hey. Wenn der Zug kommt, nicht hupt, da rasiert er euch die Beine ab. Das ist Lebensgefährlich. Ich habe vorhin gerade wieder welche gesehen, wenn euch das hier jetzt mal einblenden, das Bild. Alter, ich hab mir gedacht, sag ich mal, die Spinne, die Spinne ja so richtig, die Tippen, die da am Bahnsteigkante gesessen sind. Die S-Bahn, die hat da nicht viel Platz. Die S-Bahn, die hat da nicht viel Platz.